Die Nacht der Nächte. Die Silvesterparty am alten Gasometer in Zwickau ist in den Startlöchern. Am 31. Dezember geht es hier auf dem neu gestalteten Platz wieder rund. Derzeit sind viele Arbeiter damit beschäftigt, für die Party alles vorzubereiten. Es wird für Zwickau eine ganz besondere Silvesterparty. Sie läutet das Jahr ein, in dem die Stadt ihr 900-jähriges Jubiläum feiert. Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen wurde am alten Gasometer mit dem Aufbau begonnen. Genau, wir sind jetzt in der heißen Phase der Endvorbereitungen. Alle Gewerke, alle Unterstützer sind ganz fleißig und sind auch jeden Tag auf den Platz zu Gange, um alles entsprechend vorzubereiten. Wenn die Meteorologen Recht behalten, dann dürfte zu der Party auch niemand frieren. Denn für Silvester sind sogar Temperaturen bis zu 11 Grad angekündigt. Ein paar Karten sind für die Nacht der Nächte derzeit noch erhältlich. Bis zum Samstag können die Tickets noch bei uns in den Vorverkaufsstellen erworben werden, im Ticketshop im Globus, sowie in der Touristinformation hier in der Hauptstraße, für 14,90 Euro. Und am Tag der Veranstaltung dann für 19 Euro an der Abendkasse. Wird es auch noch Tickets geben für alle Kurzentschlossenen, wer vorher vielleicht noch essen gehen möchte, ist dann ganz herzlich eingeladen ab 18 Uhr. Und das ohne Böller, damit die Veranstaltung garantiert familienfreundlich und entspannt verläuft. Auf ein Feuerwerk muss dennoch niemand verzichten. Denn das wird zur Nacht der Nächte zusammen mit der Lasershow von Profis gestaltet und verspricht einen Jahreswechsel der Extraklasse. Ein wunderschönen guten Abend, Zickau!